so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht da muss er sich gar nicht groß anstrengen aber vorher natürlich riesen parade die würde ich mir gerne noch mal anschauen die war unfassbar weiter die knappe führung nach der szene eben das war eine riesenschance erholt sich vorne den ball er kommt an den ball per hechtsprung klasse gemacht da gar nichts anbrennen lassen und das macht ihn als keeper so stark dass er solche szenen liest da ist der torwart da gut gemacht ecke gute szene aber gibt abstoß und die führung noch mal in der wiederholung philips ballverlust wird das seine tor chance da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen die entfernung war zu groß die chance gute aktion vom keeper hechtet da zum ball sehr aktiv sehr aufmerksam sehr beweglich absoluter rückhalt so wie hier zu sehen jetzt kommt die ecke sie können nicht klären sind weiterhin bedrängnis wenn so ein volley reingeht steht das stadion kopf aber wenn dann sonnen ding dabei rumkommt dann ist es eher frustrierend der ballverlust ganz stark gemacht das gibt eine gute gelegenheit genau hinschauen jetzt er macht ihn rein leeres tor so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen das so aus wir schauen noch mal auf die wiederholung da setzt er sich durch und dann überlistet harry kane den keeper ein starkes zähne spielstand 2 0 im moment läuft es natürlich für sie oder ist dabei wieder weg stark gemacht das könnte was werden ja macht das da ganz sicher guter pass jetzt einfacher ball hier für den torwart die chance jetzt das war schon tor nummer drei der ist richtig gut drauf jetzt hat er den dreierpark wahnsinn bei ihm klappt heute wirklich alles